Jetzt wählt mein erster Livestream und dann wollen wir mal sehen. So, wo wer ist da? Das ist da. So. Ja, das ist irgendwo. Das ist irgendwo. So, jetzt aber. Jetzt aber. So. So. Mal sehen. Es gibt Final Fantasy 7. Ich sollte auch den PSX noch machen. Ach man. Warum? So. Nur mal. Nur spiel. Nur spiel. gut so ist auch alles richtig ausgewählt ja klar allemal er ist ja nur der vorspann ja das ist ich hab von Renzi jetzt neun spielstand angefangen 7 und vorwärts auf geht's ja eigentlich nicht könnte sein dass das hörte auch der sound auf wenn es ok mal ein bisschen die fenster zurecht schieben also eigentlich sollte es nicht hängen es hängt bei mir auch nicht aber ansonsten es könnte sein dass das vom stil wenn ich aus dem fenster raus ja genau ja wenn ich der emu pausiert wenn ich aus dem fenster raus geh ansonsten ja ansonsten könnte sein dass er vom spiel kam oder so weiß ich nicht ja ja muss die bei twitch mal anmelden dann kann es auch in den chat schreiben da ja was jetzt kann ich es schneller machen Das ist das erste Rollenspiel, was auf PS1 rauskam, was in 3D war. Oh, schön bunt. Määä. Ach, keine Ahnung. Pokémon ist nicht 3D. Die sind aber nur schwach. Määä, die Gegner werden einfach nur stärker mit der Zeit. Was ist das denn so für eine Lautstärke im Vergleich zur Sprachstimme? Ja, es gibt eine Organisation, die heißt Soldat. So ein Elite-Kämpfer. Ja, so manche Spiele sind verwirrend. Ja, komm, los. Ok, ok. So. Fette Schokobomber. Das ist ein Typ, der hat eine Waffe in der Hand, ja. So. Hier müsste irgendwo was liegen, glaube ich. Oder auch. Ja, wie kann man das denn? Ja, einmal du. Dann halt vielleicht irgendwo noch was. Nee. Eig- eigentlich nicht. Dürfte eigentlich nicht sein. W- 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 Ich hab zwar einen Chat offen, aber nicht die Website davon. Moment, ich guck mal aus. Ne, das sind irgendwelche anderen noch. Bei mir steht gar keiner. Oh, ich hab ihn, ja, jetzt, ja, okay, jetzt hab ich vier da stehen. Okay. Ja, einer könnte Beorg sein. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt das da gecheckt hat, dass er da auf den falschen Kanal geguckt hat oder nicht. Das hab ich nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber da er nicht im Chat angezeigt wird, nehm ich mal an, dass er nicht, äh, da war es. Ja, das ist ein anderer, den ich von streamen, keiner. Der hab ich gefragt, der sollte gucken, aber der ist nur am Test-Channel gedroint. Statt dem hier. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der hier ist, weil jetzt, wenn's, also bei mir werden auch, wenn ich, wenn ich reingucke, dann werden vier angezeigt. Sprich, einer bist du und dann noch zwei andere. Ja, aber ich hab nirgends so den Stream offen, also. Vielleicht zählt er mich im Chat. Weiß ich nicht. Okay, man. Ja, du bist ja auch. Okay, das war ja auch schon. Okay! Okay, man. Okay. Okay. Okay, man. Ah, okay. Okay, man. Die Anzeige habt ihr aber nicht so ganz vertraut. Frontan am Siegwechsel. Gil ist die Währung im Spiel. Nein, das ist keiner schneller. so Ja, sorry. Bjerg Scholt, der macht das auch immer. Irgendwie gewohnt. Bjerg Scholt, der macht das auch immer. Ich stell mal eben was um. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? So. Jetzt läuft es zumindest auch weiter, wenn ich nicht mal im Fenster bin. Versteht man nicht mal gut mit der Musik so im Hintergrund oder muss es die Musik leiser machen? Auch wenn nicht viel leiser geht, weil das schon fast ganz leise ist. Okay. So, leiser geht's nicht. Okay, vielleicht schon, aber... Bei der Soundsteuerung ist der Emulator jetzt auch eins. Von der Lautstärkeregelung her. Gut, gut, gut. Lesen kann man auch alles gut. Wie? Nichts wie bei Pokémon. Bei Pokémon schmeißt man mit Pokéballen durch die Gegend und ruft irgendwelche Viecher. Ich muss dir einen Twitch-Account anlegen, Punchy. Das passt schon auf, ja. Ja, 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 so. Du, 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 du. Ja, ja, ja. Speichern ist immer gut. auch wenn ich beim emulator nicht speichern brauche eigentlich aber egal ich mach's ich kann hier fix saves machen wenn ich dann jetzt hier zurück gehe dann kann ich den laden deswegen brauche ich rein theoretisch nicht die speicherpunkte benutzen na so gleich kommt der erste pos ich finde die musik cool erinnerungen Was ist das denn mit deinem Sicht, Loa? Oh, Mann, ey. Du bist doch auf der Website gerade, Punchy. Bei dir im Schatz steht ja nicht, hat ja niemand was geschrieben, oder? Okay, gut. Die Texte habe ich nicht weggekriegt. Sind von da rein weggegangen. So. Da ich nicht bin will, erstmal trank. Los, Cloud, wenn ich Mutangriff. So. 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 auf auf cloud wenn ich steige weiter schneller los okay wo es knapp werden könnte mit der zeit wenn man die tollei nicht anspricht aber ich war bisher immer so klug die anzusprechen vorher wirst du gleich sehen warum kämpft nicht die kämpft nicht so ist das nicht so darf ich einfach nur nicht gegen alles problem ist die macht die tür auf wenn du die nicht frei ist aus der klemme da dann kann ich die türe auch machen dementsprechend kommt man nicht raus wenn man das nicht merkt könnte das durchaus sein dass man das verkackt los stirb los stirb Ah, wenn man sowas macht. Los Fahrstuhl, los, gib Gummi. Drenn Bitch, guck da, das ist die Truder die wir vorhin bereit haben. Und der andere Typ ist zu doof die Tür aufzumachen, wenn man die nicht dabei hat. Minimal. Ja komm, mit deinen Popel 8 Schaden brauchst du mir nicht ankommen, dreckig Viech. So, kein Imperium mehr, also dreckiges Schwert. So, entkommen. Ich hab noch mehr als heftige Zeit, siehst du, ich sag ja. So, ich hab noch mehr Zeit, siehst du, ich sag ja. So, das ist ein Reaktor weniger. So. 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 Schau auf, in den Zug! Nein, mein Geld! Bleib hier, du Sack! Ey, immer dieser Berg, der haut immer ab mit den Sachen anderer. Blumen-Mädchen! Ja, aber natürlich koopft mir mal einer. So. So. Wann wollen wir mal? Auf, lauf, lauf, lauf! Eintrunk gehalten! Nee, nicht bekämpfen. Bin faul. Nee, auch nicht bekämpfen. Ist ja langweilig. Zu Power! Das klingelt mein Handy auch noch. Was will mein liebes Handy denn? Whatsapp? So. Niemals! Dich. Niemals! Tatsache! 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 Niemals! Tatsache! so sehe ich aus wie ein gedankenleser ja natürlich auf jeden fall so Da sind wir. Da sind wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein! Vielen Dank. Vielen Dank. 1 zu 10.000. 1 zu 10.000. Und noch alles im grünen Bereich, soundtechnisch und so. Good, good. Ah, sorry. So, ich habe das Mikrofon jetzt mal ein bisschen weiter umgeschoben. Vielleicht hilft das ja, was das angeht. Okay. 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 Los, 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 beeilt euch mal, die Leute noch ankommen. Ja, zwei Monate sind echt praktisch dafür. Auf den einen Monitor schön links und auf den anderen links, hallo Rapplio. So, weiter geht's. So, hier ist ein Speicherpunkt. Ja, da ist er wieder weg. So, weiter geht's. Was der da wohl macht. Ja, da haben wir acht. Ja, bestimmt, bestimmt. Nee, 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 kannst du ruhig behalten. Ich will jetzt hier gucken. Nee, da sind schon drei Leute. Genau, so muss das direkt schießen, ja. Und sparen. So, wollen wir jetzt mal gucken. Ich will hier rein. Okay, lass mich nicht rein. Dann will ich hier rein. Oh Mann. Ah, zumindest etwas. Oh, tut das, tut das. Viel Spaß. Kaufen. Eisenreif. Okay, das ist ein. Letztes. Das ist ein. Oh, das ist ein. 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 Eisenweif ausgelöst Das ist eine Unlogik, das ist eine Unlogik Lass mich hoch Jetzt mal schön pennen Weiter geht's Auf Kohle holen Wir wollen ja Geld haben Ja klar runterklettern Okay dann aber hoch springen So Das tut er Nee nee nix Papa gibt's nicht Du hast mit B auch gekämpft Nein diesmal nicht Ich bin ein vernünftiger Mensch Ich bin ein vernünftiger Mensch Ich bin ein vernünftiger Mensch Ich bin ein verdammt Ich bin ein verdammt Ah, komm wieder. Oh, komm wieder. So, wir wollen mal reden. Ich brauche was Hartes, Mann. Was ist da mal tierlos? Oh, komm wieder. Ich brauche was Hartes, Mann. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich wollte die Truller ansprechen. Ja, du bist zu fett. Was ist da? Oh. 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 Oh, du bist. Oh, du bist. Oh, du bist du bist. Donner mit der Geld. Ja man, ja so Sorge. Hau ab, Junge, ich will nichts und ich will nichts und ich will nichts. Ja, lass mich an der Ruhe. Du 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 du. Nein 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 flieh. Nein. Wir müssen etwas unternehmen! So ein Berg, unsere Kumpels noch was dagegen übernehmen. Ah, wie ist das denn tatsächlich? Kannst du das sagen? Du hast es vielleicht auch vergessen. Jaja, sieben Jahre sind eine lange Zeit in der Welt, da kann doch von der Cloud was vergessen. Ja, telewärts. Rote Augen. Die Kumpels noch was. Ja, das war. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, Mädchen und Apatsche sitzen, das geht ja wohl schneller. Komm schon, versprich es mir. Das war's für heute. Du 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 du. Oder? So, es gibt Geld. Ah, wie? 1500 Gewinn nur? Waren das nicht mal 3000? Jetzt bin ich echt verwirrt. Stimmt, die nächste Messung wird ja 3000 haben. Ja, nie kriegt's. Mhm, klar ey. Ich hab da auch noch welche mitzureden. So ne Schweinerei, ey. So. Könnt nicht alle mal, ey. Guck mal hier voll abziehen, naja und so. Ist ja wohl mal gar nicht klar. Boah, das tut mir aber leid. Das verstehst du sowieso nicht. Na klar, weißt du? Wurz-Pups-Mädchen, das oben an aufpassen. Wir haben's doch nicht mal, da. Oh. Ne, Eisen. So, der Nani ist viel interessanter. Der Substanzladen. Dumb, 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 Dumb. Oh. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? So, ich hätte gern nochmal Feuer. Und mal wiederherstellen. Sooo, den Barrel darf den alle abfackern, meinetwegen. So, wollen wir hier noch rein? Okay, den interessiert nicht. So, der erste Stock. Ja, alle Substanz. So, der erste Stock. Ja, ja, komm. Sooo. Ups, tanzen. Hm. Ja, wunkuu, äh. Naja, dann gab's das erst der nächsten Stock. Das ist aber doof. Ich muss jetzt die Tappe mitgeben. Sooo, nehmt so. Bitte nehmt mich gerne wiederherstellen auf alle. Einbruch. Einbruch. Einbruch in die Schmerzen. Sooo, weiter gehts. Was ist hier eigentlich? So. So, an dieser Stelle mache ich jetzt aber erstmal Schluss bzw. Pause, mal gucken. Ich werde mich erstmal selbst von der Qualität überzeugen, jetzt nochmal ein paar Einstellungen überprüfen. Und ja, bis zum nächsten Mal.